Herzlich Willkommen zu diesem Video. Heute werden wir schauen wer mehr Geld in 24 Stunden verdient und der Gewinner darf alles behalten. Also quasi wenn du verlierst, dann muss ich dir mein Erspartes, also das, was du bekommen hast, musst du mir dann geben. Ganz kurze Sache, ich habe im letzten Video meine Haare gefärbt, beziehungsweise getönt und ganz ehrlich, seht ihr da, also ich finde die sind noch ein bisschen braun, aber ganz ehrlich, ich habe das, also ich weiß nicht, ob ich sowas nochmal machen werde. Ah genau, wollen wir eigentlich irgendwelche Regeln festlegen oder so oder ohne Regeln? Ich würde einfach sagen, kein Portemonnaie, also keine Karte, was da drin ist, kein Geld, was da drin ist, oder? Schade. Am Ende des Tages schauen dann, wer wie viel gewonnen verdient hat. Ich gehe raus auf die Straße und singe. Das ist eigentlich so ein Schild machen, wo draufsteht, eine Klamotter ausziehen, drei fünf Euro oder so. Ich habe gerade die Idee, mache das seht ihr nachher. Geht's los? Vergesst nicht beim Mörfschweiz, schauen, der ist noch bis zum 31.01. verfügbar, das ist echt nicht mehr lange, noch ein paar Tage, Link in der Videobeschreibung, das reduziert, schaut gerne vorbei. Und jetzt. Also Leute, meine Tour geht erstmal nach unten, denn ich glaube, da kann ich auch nicht absehren. Und möchte, vielleicht bettet er jetzt um Geld, dann habe ich schon längst verloren, aber ich weiß, dass wir hier irgendwo in der Wohnung, ich weiß nicht, ob hier unten oder oben, eine Tasse haben, wo wir ganz viel Geld reingeschmissen haben. Wir machen die Challenge, wer innerhalb von 24 Stunden mehr Geld verdient. Hast du irgendwie Geld für mich da? Da fragst du den Falschen. Ja, scheiße. Außerdem heißt das verdienen und nicht irgendwo. Kannst du mir aber spenden. Das ist doch kein Verdienen. Bitte, ich hätte gerne einen Euro. Ich habe nichts. Null. Hat er schon Homeschooling? Ich glaube schon. Nee, Hausaufgabe. Hast du Bock, mir irgendwie 5 Euro oder so zu schenken? Ich mache ein Video gegen Chrissy. Darum geht, wer mehr verdient. Heißt, ich muss Geld verdienen. Ich helfe dir immer so schön bei den... Wie kommt das danach alles wieder? Du gibst mir einen Euro pro Kleidungsstück, was ich mir anziehe. So eine kleine Wette. Ich will gar nichts. Okay, bitte, komm. Ein Euro pro Kleidungsstück. Also ich ziehe mir ein T-Shirt an, kriege einen Euro dafür. Wenn ich noch eins anziehe, kriege ich noch einen zweiten und je nachdem, wie viel ich schaffe. Ich weiß, dass irgendwo diese Tasse ist, aber nicht in der Schublade. Vielleicht liegt da drunter noch ein bisschen Kleingeld. Ich habe einen Cent gefunden. Okay, mein Stand ist bis jetzt ein Cent. Wollt ihr mir alle kein Geld? Probierst du mir Mama aus. Ihr gönnt mir auch alle gar nichts hier, ne? Probierst du mir Mama aus. Guck mal, ich bin der, der immer bei den Mathehausaufgaben hilft. Ich habe jetzt gerade mal kurz ein bisschen nachgedacht und ich habe mehrere Ideen für dich. Erste, ich habe mir hier gerade so ein ganz geiles Blech bestellt. Was zum Teufel ist das? Für Baguette-Brot. So, und da habe ich gedacht, du kannst einfach so mal mit zehn Baguettes anfangen. Dann machst du dir so einen kleinen Bauchladen und gehst von Tür zu Tür. Verkaufst du jedes Baguette für, ich weiß nicht, was kostet das im Laden? Ne Euro. Ein Euro nur? Ich habe eine Idee, ich backe für dich drei Baguettes für drei Euro insgesamt. Was hältst du davon? Mach ich. Perfekt, wie mache ich das? Also ich werde backen. Ein Kilo Mehl, 600 Gramm Wasser. Kannst du mir so mal aufschreiben? Max hat irgendwo oben eine Spardose. Wisst ihr noch, wo wir das Geld mal gezählt haben, was in der Spardose drin war? Das muss ich jetzt unbedingt finden, bevor Max das findet. Also entweder hier in dem Regal im Büro. Ich bin wohl in der Abseite und da müsste ich da erstmal alles rausholen. Das wird richtig anstrengend. Ich hoffe deswegen, dass es hier drin ist. Okay, ich habe da doch kein Kleingeld gefunden. Ich habe sie auch nicht gefunden. Dafür habe ich einen Bettbezug gefunden, den ich brauche. Eine Idee hätte ich noch. Oh, ich habe meinen Cent vergessen. Ich gucke jetzt noch mal im Schlafzimmer nach. Ansonsten weiß ich wirklich nicht, wo dieses Teil ist. Da war auf jeden Fall sehr viel Kleingeld dran. Okay, eine letzte Idee habe ich doch noch. Und zwar hier. Oh mein Gott. Es ist verdammt schwer. Aber Leute. Einfach eine Tüte voll Kleingeld. Teilweise zwei Euro-Stücke drin. Das muss ich Max zeigen. Hi. Was merkt ihr? Ich glaube, ich habe gewonnen. Ich glaube, ich habe gewonnen. Du kannst es aufgeben. Ich habe eine Tüte voll mit Kleingeld gefunden. Was? Was? Ich habe eine Tüte voll mit Kleingeld gefunden. Scheiße. Ich wollte mir gerade durch Brotbacken drei Euro verdienen. Hier ist ein Bärz drin. Papa, ich back im Leben nicht mehr. Wie bitte? Ich back nicht mehr. Das lohnt nicht mehr. Ich war gerade für dich die Schüssel ab. Ja, aber ganz ehrlich, wie soll ich das? Schwer. Guck mal. Ganz ehrlich. Ich muss sich leider die Brotpreise erhöhen auf 10 Euro pro Stück. Was ist denn los? Ja, weil... Man soll das doch verdienen, oder? Ja, aber drei... Ich habe gesagt, nur das Portemonnaie ist tabu. Und das war nicht immer Portemonnaie. Der Max-Bäckerei nicht ein bisschen Geld spenden? Warum das toren? Boah, Mensch, du, Huber. Du hast noch so viel Geld gezeigt. Ey, komm, bitte. Also nur Portemonnaie zählt nicht? Ja. Ja, wie gesagt, am Anfang zieht sie nicht. Okay, also Diebe zählen. Nein, Diebe zählt. Kannst du mir das bitte geben? Nein, komm. Ey, oh, scheiße. Ich bin mir nur zwei Euro stecken drin. Ach nee, das ist zu kalt. Gebt mich auf. Ich werde mich jetzt reich backen, Leute. Ihr werdet es noch sehen, ich werde gewinnen. Das kommt in das heiße Wasser. Ja, das wusste ich nicht. Du hast gesagt, ein Löffel und Konig. Ja. Habt ihr kein Antücher, oder was? Nee, wir nehmen es immer zähbar, ja. Wir benutzen das immer mehrfach. Ja, das für später noch mal. Kann man, man kann sich zuerst die Hände waschen, abtrocknen mit Silber, das musst du ja wieder zum Trocknen legen, dann kannst du dann, also alles Mögliche noch mitmachen. Ein Brot wird top. So, sauber kippt man das Ganze jetzt hier. So, ja. Und hast du 500 Gramm Mehl genau? Ja, ungefähr. Ausgie. Alter. Das ist ja, die hast du ja neu aufgemacht hier, ne? Ja, perfekt, würde ich sagen. Den künstlerischen Inhalt musst du ja mindestens einen Zehner kriegen, ne? Pro Pro. Ey, wirklich? Ich mach gerade ein Video. Nee, 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 geh weg. Ich mach da nicht mit. Zwar bist du so eine tolle Mutter. Ich kenne von dir nichts Schlimmes, nichts Schlimmes. Du bist so eine tolle Mutter, ne? Warte nachher alles. Ich habe gut einen Mond. Ich versuche, ich versuche Geld zu verdienen. Ja, haus. Krissi auch. Kannst du mir irgendwie noch spenden oder so? Willst du den Euro geben? Hast du? Ich glaube, einen Euro habe ich noch. Bin ich den Euro wert? Ja. Wie hat es denn erzählt? Was willst du denn damit? Einkaufen gehen ja? Nee, mehr Geld verdienen hat Krissi. Ich habe irgendwo so eine Pfandflasche. Ja, hast du? Krieg ich die auch? Ja, aber. Krieg ich die bitte. Das ist sehr, sehr nett von dir. Dankeschön. Du musst noch was dafür. Zählen wir als Krissi das Kleingeld da oben. Geh mal dahin, der hat viel mehr Geld. Esche wollte mir nichts geben. Ach so. Du bist der Zwischenstand. Ich sitze jetzt hier mit meinen 3 Euro in das Brot. Ist leider noch nicht fertig. Habe ich mir noch nicht verdient das Geld. Und Krissi sitzt mit dem Geldhaufler, den sie jetzt zählen muss. Muss ich zählen, ne? Wir haben schon mal einen 10-Euro-Stapel hier. Aber wir werden jetzt nur die goldenen Münzen zählen. Und wenn es nachher knapp wird, wenn du mich tatsächlich einholen solltest, dann werden wir auch die ganzen Centstücke zählen. Weil das dauert, glaube ich, ziemlich lange. Ich habe jetzt keine Lust, hier 3 Stunden Geld zu zählen. Da ist einfach ein O-Ring von mir drin. Oder jetzt hat er nicht von mir. Krissi, weißt du was? Oh Gott. Wir haben ja gesagt, hier hast du ein Portemonnaie, ne? Ja. Lass das sofort. Das ist mein Geld. Ich habe definitiv ein kleines Problem. Wir haben jetzt vielleicht die Hälfte gezählt. Ich habe bis jetzt 54 Euro. Das ist krank. 10 Euro, 20, 30, 40, 50. Hier sind nochmal 4. Wir lassen das jetzt erstmal so. Wenn du mich auffohlen solltest, dann zählen wir den Rest auch noch weiter. Aber ich habe jetzt echt gar keine Lust mehr. Es sieht richtig schlecht für mich aus und ich will eigentlich nicht verlieren. Ich habe jetzt erstmal genug Geld, würde ich sagen. Also ich habe auf jeden Fall einen sehr großen Vorsprung. Deswegen machen wir jetzt einmal kurze Pause und legen uns auf die Couch und machen einfach gar nichts. Alex hatte viel anstrengendere Arbeit und hat dafür viel weniger Geld bekommen. Ich würde sagen, ich hatte Glück. Der Geld ist fertig. Ich finde, das sieht saugut aus. Papa! Backjob ist geöffnet. Das macht 10 Euro pro Stück. Ich sage, du wolltest. Alter. Du musst das den ganzen Tag machen. Ja, ich muss halt mehr Geld. Ist der kaum mit den erhalten hier oder? Der macht nochmal 5 Euro extra. Hab ich nicht mehr. Ich habe jetzt 30 Euro plus die 3, die du mir geschenkt hast. Mach 33. Was hat Chrissy jetzt? 50 schon. 50? Wo hast du das denn her? Muss mir noch was einfallen lassen. Während Chrissy oben ein wenig auf der Couch chillt, habe ich gemerkt, Mama, Papa sind weg. Ash ist ebenfalls weg. Und ich darf ja nicht ans Portemonnaie. Heißt, ich gucke Ash. Der hier alles drin. Bro, Tiktak-Kaugummi. 2 Euro nochmal gefunden. 3 Euro gefunden. 3,20 gefunden. Ich meine, das ist ja kein Portemonnaie. Also, von daher. Oder? Leute, was sagt ihr? Scheiße, Kleingeld. Ist auch keine drin? Bro, er hat nicht ernsthaft. Alter. Die 3 Euro, die nehme ich auf jeden Fall mit. 2 Euro, scheiße, es hat geklingelt. Scheiße, es hat geklingelt. Das ist wahrscheinlich Ash. Ich mache schnell das Licht immer aus. So, jetzt brauche ich eine Ausrede schnell. Okay, Fehlerlamm, es war nur ein Paket, wo du nicht. Gibt ja nicht irgendwo so eine Krimskramschublade, wo irgendwie alles drin ist, weil in sowas ist meistens Geld drin. Ha! Ich wundere, wenn hier irgendwo noch Geld wäre oder so. Man, ist nix da. Null. Hey Chrissy, wo bist du? Ah, du chillst gar nicht mehr auf der Couch gerade. Ich muss leider, leider, leider zugeben, was ich verkackt habe. Ich habe es nicht geschafft, mehr Geld zu bekommen. Das Ding. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass wir so ganz viel Kleingeld hier haben. Ich wusste davon, aber ich habe nicht daran gedacht. Das Ding ist, wir haben ein Kleingeldlager und mehr nicht. Alles gehört jetzt mir, ne? Scheiße, ich hätte jetzt erst da hingehen sollen. 50 Euro Minimum. Da ist vielleicht nochmal das Gleiche drin. Ich habe keine Ahnung. Ja. Leute, was denkt ihr? Wie viel ist das? Nein, wir haben das mal in deinem Video gezählt. Ich zähle das nicht nochmal. 13, 36, 37, 38 Euro. Chrissy, bist du eine Ehrenfrau? Ich habe mit einem kleinen Abstand gewonnen. Ach ja, genau. Warte mal, ganz kurz. Da Chrissy gewonnen hat, erst noch hier die Scheine für dich. Das ist jetzt alles deins. Danke. Und der Rest? Ja, der kommt auch noch. Also, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne rein, ob ihr eine Revanche sehen wollt. Lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Bei Merch, weil es schauen ist, die mir lange verfügbar. Erstens, denke ich in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Max. Und ciao. Tschüss. Ich verliere. Ohne.